1, 2, 1, ähm... Ficken... Jo Leute, was geht ab? Hier ist euer Max und herzlich willkommen zu einer Runde Ficke zusammen mit Sturmi. Was bitte? Ficke. Direkt in die Mitte gegangen? Ja, ich war Enderman-Kit noch, ich hatte kein anderes ausgewählt. Aber das ist nicht schlimm, denn ich kann zurückkommen. Ähm... Hier oben. Ich überlege, ob ich noch irgendwas machen kann. Ich habe eigentlich ein relativ schlechtes Startequip jetzt. Ich baue einfach schon mal die paar Sekunden. Was hast du für... Oder kommt einer von den... Nice. Das war ein bisschen spannender. Ähm... Warte erstmal eine Hose für dich. Und dann noch 8 Eisen, falls du dir was craften möchtest. Die rechts kommt? Ja, die. Aber die sind alle voll gut heute, die machen so mit Wasser und so. Ehrlich? Oh ja. Der igelt halt einfach rüber. Aber ich habe ein paar Schneewelle. Ich hoffe mal, dass ich die... Ja, die... Nicht. Ne, doch. Ne, doch. So. Ich habe mal auf der Map richtig MLG'ed, Alter. Ich bin richtig Maschine. Ob die ahnen, dass ich Schneewelle habe? Jetzt mal besser. Hat der eine Angel? Ich bin mir nicht sicher, ob wir... Was denn? ... hingehen sollten. Weiß es auch nicht. Ich glaube, die wollen kicken, ne? Ich glaube auch, ne. Ja, als ob. Bist du tot? Ja. Angel. Mist. Hm. Ja. Geil. Okay, das ist dieselbe, oder? Ja, ne? Ich bin der beste YouTuber. Genau das. Genau das meinte ich. So. Ähm. Mal gucken. Ich habe ein bisschen Equipment. Ob ich mal hier in der Mitte was regeln kann, du. Ich schmutzere einen Hut rüber hier. Boah, warst schon wieder tot. Äh. Ich habe jetzt die Mitte so ziemlich safe und bin voll OP. Aber es kommt niemand her. Mhm. Wo bist du? Ach, da bist du. Ich sterbe jetzt. Nein, du stirbst nicht, Sturm. Ich sterbe jetzt. Habe ich schon gesagt, dass du dabei bist oder Deutschland? Deutschland. Ich sterbe jetzt. Deutschland. Nein. Sind ja bis hier oben. Ja, diese blinden Patrioten. Oh Gott. Wer macht mehr damage als ich? Stopp, 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 stopp. Deutschland. Deutschland. Tot, tot, tot. Nein, Sturmi. Deutschland. Ach, ficken. Ich war so gut gequipped. So, nächster Versuch. Auf der Labyrinth-Karte. Und ich habe das Enderman-Kit, was sowas von unnötig ist bei dieser Karte. Also, Mist. Das stimmt, tatsächlich. Das ist tatsächlich sehr geil, sehr gut. Ja, ja, ja. Geil. So, ich bin in der Mitte. So, 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 so. Hier kriege ich wenigstens ein paar anständige Sachen. Ähm, ich glaube, ich haue besser ab. Aber ich weiß, was ich immer so liebe bei Bad Wars. Bad Wars? Das heißt nicht Bad Wars. Das geht dich gar nichts an. Was ist denn heute los bei dir? Das geht dich nicht. Es geht dich nichts an. Deutschland. Ähm, guck mal, die machen Peng. Ich mach das. Oh. Ja, toll, oder? Jetzt ist weg, jetzt. Pengi, pengi, toll, toll. Oh, oh. 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 Wo bist du? Wo bist du, Sturmi? Wir schaffen diese Runde jetzt. Wir sind beide so richtig... Ah! Oh Gott. Dieser Typ. Was ist los bei dir? Der hätte mich fast ermordet. Der hat einfach voll Tier-Equipment, Alter. Oh Gott, Alter. Ja, ich habe diesen Huren runtergehauen. Achso, ich habe noch eine Ender-Palle. Das habe ich nicht vergessen. Du bist nicht down? Ne, 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 ne. Nice. Ich höre jetzt. So irgendwie... Ich bin doch sehr nach einer Behinderndsituation rausgekommen. Ach, komm bitte 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 bitte. NEIN! Ich habe einen genau auf die Into gehauen. LOL. Ich bin runter. Als ob ich da gerade wieder gekommen bin. Ja, aber einen runter. Oh. Junge, das war so crazy gerade. Ich habe schon... Nein! Ich bin runter! Ach, schnapp. Schnapp. Der ist aber richtig wenig, der hat zwei Herzen noch. Aber Digga, ich bin gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich bin rund, ich habe gewonnen. Ja, zeig ich ja. Der hat zwei Herzen noch gehabt. Lol, nice. Midi-Runde, fünf Minuten. I give a fuck, Nigel. Nein, ich habe in zehn Minuten Friseur-Termin. Ich musste sie leider so nehmen. Aber es war richtig lustig. Ich bin runtergefallen und habe schon in der Luft Fallschaden bekommen. Und dann bin ich irgendwie nach zehn Sekunden oder so was, ist meine Enderperle aufgekommen. Ich war noch gesaved, leider. Nice, Alter. Ja, das war crazy. Das ist eine Story, die kannst du wie bei Partys erzählen. Mach ich auch. Nee, wirklich, ich erzähle immer so von meinen neuesten Runden. Deswegen bist du Max Single. Bist du nächstes Mal? Ich bin gar nicht Single. Was? Hier ziehst du aus, da ist natürlich über die Folge. Okay, willst du noch irgendwas sagen? Deutschland. Okay, bist du nächstes Mal. Tschüss.